Holzrezept, Lagerfeuer. Ich kapiere das nicht. So, Auftrag abgebrochen. Wie ist das jetzt hier mit dem Lagerfeuer? Da ist genau das gleiche. Ich kapiere das nicht. Labor needed, ich habe... Okay, und auf Deutsch soll das so was wie heißen, Arbeitskraft benötigt. Laut Google-Übersetzer. Aber ja, ich weiß es nicht. Auftrag Werkbank. Aber der macht nichts. Der kloppt hier zwar rum und macht und tut und was weiß ich. Nicht alles, aber... Da wird so müde vielleicht irgendwie. Wie meinst du mal schlafen gehen? Wollen wir uns mal kurz schlafen legen, ja. Also, ja, was anderes fällt mir jetzt auch nicht wirklich ein. So. Gucken wir mal ausprobieren. Der schnelle Vorlauf der Simulation ist auf diesem Server deaktiviert. Aha. Okay. Was ist deaktiviert? Der schnelle Vorlauf der Simulation ist auf diesem Server deaktiviert. Wahrscheinlich, dass dann die Zeit schneller rum rum geht, wenn man pennt. Keks 1179. Ihr müsst noch Stamina hinzufügen. Das kannst du auch in normaler Schrift schreiben. Noch einmal alles in Caps-Clop, dann gibt's ein Time-Out. So. Aber was für eine Stamina. Du hast jetzt auch keine Werkbank. Stamina, Stamina. Wo könnte die sein? Yogi ist Haus wert. Das brauchen wir nicht. Labor. Ist mit Labor vielleicht dieses Stamina gemeint? Aber wo soll ich das jetzt herkriegen? Labor needed. So. Aber das Problem ist, auch wenn wir jetzt Stamina hätten, zeig ich da ja trotzdem an, dass Holz fehlt. und wir haben ja Holz da. Sorry, zocke nebenbei noch. Wollt nicht groß tippen, aber ihr kommt der Sache schon näher. Klick mal auf Work, wenn ihr den Auftrag begonnen habt. Also ich gehe jetzt hier auf Bestellen. Aber auf Work kann ich nicht klicken, weil der mir dann sagt, das Labor fehlt. Genau, und dann das Holz. Deine Stamina ist deine Ausdauer links unten in der Ecke. Die musst du durch Essen wieder auffüllen. Aber die habe ich doch. Der sagt mir hier irgendwann irgendwas mit Labor. Labor. Labor needed. Ich kann halt leider nicht auf Work drücken. Da dürft ihr auch nicht auf Null stehen. Normal, wenn ich richtig liege, sind es Ausdauer, die ihr haben will. Shift. Ah, Werkbankauftrag. Doesn't need any more Labor. Ja, dann kann er jetzt wirken. Jetzt ist das Holz hier nicht richtig. Ja, genau, das Problem habe ich jetzt nämlich auch. Also der sagt zu mir, ja, das ist das falsche Holz ist. Holz zeigt es ja 44 von 1 an. Warte, ich gehe nochmal zurück. Aber hier, guck mal, Wood, Birch, Lock, Cedar, Lock, Cyber Lock. Aber Cyber Lock haben wir ja. Haben wir ja, 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 ja. Ja, ich habe auch. Ich trage die ganze. Ja, bitte. Kann ich jetzt bestellen. Aber ich kann nichts machen. von einer Minute war ein großer blauer Pfeil, der auf die Skill-Leiste ganz rechts geleuchtet hat. Ganz rechts. Ganz rechts. you hmm alter ist das ja kompliziert also das richtige holz haben wir so das mit dem labor niedrig das haben wir jetzt auch geklärt weil bei mir sagt er jetzt nämlich no labor niedrig also es wird kein kein ausdauer mehr benötigt für die dingens unten die skillleiste und davon das rechte im video übrigens hat er unten beim food nicht null gehabt sondern 250 ja wir können ja noch gar nicht kochen wir können uns quasi nur von obst und gemüse ernähren da können wir uns die wandelmeierigen vollhauen aber aber ich habe dem das jetzt hier gegeben so und jetzt sagt er fehlend ich nehme jetzt mal die hier in die hand der magen ist voll so jetzt sage ich mal 20 stück hier in der hand aber der sky bar lock ist doch auch bei was wir hier haben ja ja genau 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 also bei dem bei dem holz zählt berge cedar cyber 4 joshua oak heim redwood da war und spruce block was ich jetzt mal mache ich hole jetzt mal meinen stein hier raus platziere das mal hier hin so so und die packen war jetzt mal damit drauf fehlend aber man meinen dingens ist verbunden verknüpft kann das andere server einstellung liegen aber das kann ich mir auch nicht vorstellen ja so 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 er klickt die werkbank an ja aber die haben wir ja noch gar nicht die werkbank die wollen wir ja bauen genau das geht nicht weil er uns sagt dass wir kein holz haben dafür obwohl wir halt holz haben out of wood obwohl ich gut habe statik welcher not affected by modifiers werkbank rezept bank required 0 wood to craft you have 36 schon im rucksack also mein roh also weiß nicht wie es bei dir aussieht aber mein rucksack ist leer meiner ist auch also halt nicht leer aber da ist jetzt was ich was ist da drin holzspäne und grundstücks urkunden auch nicht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, können wir machen. Vielleicht sind wir auch nicht ausgeruht genug. Irgendwie, ja, 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 also, ich hab keine Ahnung mehr. Bist du im Bett? Ich liege, ja. Ich auch. Da passiert nämlich auch nicht wirklich was. Da hab ich gedacht, irgendwie, dass der automatisch dann halt auf dem nächsten Tag springt. Oh. Naja, also, beim Schlafen tut sich auch nicht wirklich was. Also. Hm. Aber du liegst. Ja, ich bin, jetzt bin ich gerade wieder aufgestanden. Ich lag bis, du bist gerade noch, ja. Wird's jetzt hell? Hell? Oder war's die ganze Zeit hell? Hm. Der Meteor zieht hier gerade vorbei? Nee, ich glaub, es wird jetzt hell, oder? Ah, gucken wir mal. Ich verstehe aber echt nicht, wieso unsere Holze. Weiß, äh, Stämme gelb sind, also quasi für das Ding nicht geeignet. Aber es stimmt ja nicht. Aber hier ist auch nichts deaktiviert. Weißt du, diesbezüglich, ich gucke ja gerade in den Einstellungen. Ah, ja, okay, 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 ja. Mit dem Meteor, das haben wir gemacht. Echt Schnellvorlauf müsst ihr irgendwie aktivieren. Ich wüsste nicht wo. Hier steht nichts davon, von wegen wegen Schlafen. Äh, aber das muss man tatsächlich auf dem Server einstellen, irgendwo, weil wenn man sich hinlegt, äh, steht ja da, dass es deaktiviert wurde vom, vom Server. Aber wie und was und wo, also, das Dashboard kenne ich ja auch nicht wirklich. Guten Abend, Mama. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Aber ich kann ja nirgendwo mit Schlafen einstellen. Kann ich nicht. Mann, du hast doch Locks. Mann, du hastochens. Mann, du hast doch schaut dich. Mann, du hast dich. Mann, du hast dich. ja ich bin ist schon so ein bisschen traurig hier alles bei dir steht auch das gleiche wenn du auf das holz gehst hier statik welcher not effected bei modifiers wie bei mir steht also steht bei mir auch da weiß ja kann ich wirken warum kann ich bei mir nicht ja moment warum kann ich bei mir auch nicht wirken klappt es nicht so wie er es wollte es klappt hier überhaupt gar nichts null er kommt bei dir auf klicken und jetzt ich habe keine ahnung du bist jetzt auf jeden fall weiter als ich geht mal auf status meinst du das auf status wo ja genau wo brauchst du eine wahl um steffi ja rechts oben am tisch steht auf festem grund steht da genau bei mir auch steht auf festem grund berechtigung diese bei dieser campingplatz ist für ja gehe und ich darf auch genau aber eine werkbahn kann man noch nicht obwohl ich bei dir auf wirken klicken konnte ja bald war ja schön wenn man überhaupt irgendwas machen könnten wir haben jetzt hier oben zwei werk zwei werkbänken auftrag und der macht aber nichts genau weil er sagt dass wir kein holz haben oder weil er weil uns holz fehlt und im internet finden wir auch nicht wirklich was haben da auch schon rum gegoogelt wie blöd hat euch das tutorial gesagt dass seine bauen sollte ja platziere eine werkbank weil jorge ist hat er angeblich am werken macht aber nichts bei mir tut sich überhaupt nichts ich spiele immer ohne weiß daher nicht ob es daran liegen kann ja ich hatte schon einige probleme mit dem game aber das noch nicht also ich weiß dass wir beim allerersten mal auch eine werkbank karten ja ich finde eigentlich ich finde eigentlich ich finde eigentlich so ein schönes spiel aber wenn ich nichts machen kann das ist doch kacke ich gehe jetzt schwimmen abonniere 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 abonniere